Peace Leute, was geht ab? Willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute mit einer Footdraft Bingo Challenge. Ja, und zu Gast habe ich hier Ümit wieder am Start. Ümit, wie geht's? Gut Bruder, E-Sportler Footdraft Challenge. Ja, ich bin gespannt Leute, ich mache das jetzt zum zweiten Mal und ja, das erste Video haben wir auf Ümit's Kanal gedreht. Auf jeden Fall unten in der Beschreibung könnt ihr Ümit auf Instagram, auf YouTube und natürlich hier auf den ganzen anderen Social Media Kanälen folgen. Auf jeden Fall, checkt das Video ab, richtig geiles Video und ich bin selber gespannt, wie ich hier abschließen werde, aber das erste Video war schon auf jeden Fall nice auf seinem Kanal. Auf jeden Fall, checkt das Video ab und ja, Ümit, bist du bereit? Ich bin immer bereit Bruder, jetzt bist du in meinem Bereich. Auf jeden Fall Leute, sehr sehr wichtig, wir werden immer zwei Spieler blockieren, das heißt, es kommen ja immer fünf Spieler und wir werden zwei Spieler blockieren. Plus, ja, das Wichtigste ist, wer am Ende gewinnt, du brauchst natürlich das meiste Rating plus die beste Chemie. Auf jeden Fall, bin ich gespannt. Let's go. Dann drücken wir mal ja, Ümit, drückst du? Ja. Okay, ich habe jetzt auch... Oder zähl du immer runter. Okay, mache ich. So, fünf Aufstellungen. Oh, wow, 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 wow. Ich sage, du darfst die drei und die vier nicht nehmen. Drei und vier. Oder ich sage zwei und vier. Zwei und vier. Drei und vier, okay, das ist schon mal schön. Ich bin bereit. Jetzt ist das ein bisschen doof, weil bei der einen Aufstellung kann ich hier immer gute Spiele einbauen. Egal, aber ich habe eine zweite Alternative und die ist die hier. Dann nehme ich die Nummer eins und du? Zwei. Komm, 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 bitte Ikone, Ikone, Ikone. Jetzt, komm, 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 noch eine. Oh, eine Ikone ist hier am Start. Oh. Hast du auch Ikone? Ich habe eine. Ich habe auch eine. Dann sage ich die drei und die vier. Jawohl. Oh, okay. Bruder, ich sage, ähm, zwei und vier. Ja, kann ich mitnehmen. Die Ikone ist auf der eins. Oh, hätte ich nicht gedacht. Super, okay. Bei mir war es auf zwei. Alles klar. Zähl runter, wir öffnen, Bruder. Okay. Ähm, drei, zwei, eins, go. Okay. Au, 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 au. So, sag du diesmal. Bruder, ich sage, drei und vier. Drei und die vier. Ja. Okay, kann ich mitnehmen. Okay. Und ich sage, zwei und, äh, zwei und die vier. Jawohl. Ich wollte fünf. Okay. Hab's genommen. Ich nehme die Nummer eins. Bin ich zufrieden damit. So, jetzt. weiter 3 2 1 go ok komm 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 2 gut habe ich dabei also ich hab einen guten der vielleicht nicht so krass linkt ok sagt du ich bin gespannt ich sage die 1 und die 3 1 hast du getroffen aber eigentlich ich sage das eingetroffen ich sag 4 und 5 4 und die 5 ja einen guten hast du auf jeden fall getroffen jawohl ich bin bereit du bist bereit dann bin ich auch bereit ich bin auch bereit so machen wir weiter 3 2 1 go komm 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 totti 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 hier vielleicht ok ich sag 3 und 5 eiskalt 3 und 5 ja ja es geht also ich hab trotzdem einen guten was sagst du ich sage die 3 und die 4 nein 4 wollte ich nehmen dann haben wir ihn getroffen jungs ok dann nehmen wir jetzt hier und machen wir weiter direkt 3 2 1 go ok komm 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 so was sagst du oder ich sag 2 und 4 2 und 4 ok kann ich mit leben was sagst du ich sage 1 und die 3 1 und 3 bei mir waren alle schlecht bei mir hast du nicht getroffen leider dieses mal bin ich nicht so gut dabei Ja, diesmal bist du nicht so gut am Start, Emit, wie im letzten Video auf jeden Fall. Check das Video ab bei Emit auf dem Kanal und machen weiter. Drei, zwei, eins, go. Komm, 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 toti, 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 toti. Meine Nase juckt die ganze Zeit. So, jetzt sind wir am Start. Was sagst du? Ich sage eins und zwei. Ah, den eins, den wollte ich auf jeden Fall. Jawohl, jawohl. Hast du mich erwischt? Was sagst du? Aber dafür nehmen wir dann den hier. Ich sage die Nummer drei und die vier. Okay, ich habe genommen Nummer eins. Obwohl, warte, ich habe noch einen hier. Stimmt, ja, gut hast du getroffen, danke. So, machen wir weiter. Drei, zwei, eins, go. Komm, 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 toti, 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 Ikone, toti, Ikone. Was ist los hier? So, welche Nummer sagst du? Unglaublich, unglaublich. Ich sage zwei und vier. Ah, jawohl. Hast du mich bei der zwei erwischt? War zwar kein guter Spieler, aber aus der Liga. Dann sage ich die Nummer drei und die vier. Oh, okay. Ich wollte fünf und habe ich genommen. Dann nehme ich den hier. Und machen direkt auch weiter. Drei, zwei, eins, go. Komm, komm, gib mal jetzt endlich Ikone oder toti. Oh mein Gott. Okay, aber der wäre nicht schlecht. Der wäre auch nicht schlecht. Bruder, ich sage eiskalt drei und vier. Er hat die zwei besten erwischt, aber... Jawohl. Eigentlich nicht. Was sagst du? Weil auf der fünf habe ich einen Spieler, der super linkt. Ich sage die zwei und die drei. Oh, zwei war Van Dijk. Oh, hart erwischt, hart erwischt. Dann nehme ich den hier. Ich nehme den. Okay. Und machen wir direkt weiter, Leute. Drei, zwei, eins, go. Komm, 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 komm. Oh, ja. Shit, ey. Oh. Bruder, ich sage eiskalt eins und fünf. Eins und fünf, ja. Es geht doch. Shit, habe ich nicht getroffen. Nein, hast du nicht. Oh, mein Gott. Ich sage die Nummer vier und die Nummer eins. Vier und eins, okay. Ich habe Nummer drei genommen. Naja, so schlecht bin ich nicht. Nicht so schlecht, okay, alles gut. Alles gut. Wird immer spannender hier. Drei, zwei, eins, go. Komm, komm, hier ist wichtig, komm. Oh. Der wäre sehr gut. Der wäre sehr gut. Der wäre auch sehr gut. Okay, Bruder, ich schieße. Schieß los. So, ich sage die Nummer eins und die Nummer drei. Eins und drei, okay. Einen hast du getroffen, aber einer geht noch. Oder ich sage, äh, drei und fünf. Drei und fünf. Du hast ihn wieder nicht getroffen. Shit. Eigentlich wollte ich drei und vier sagen. Ja, hättest du auch nicht getroffen. So, und weiter geht's hier. Drei, zwei, eins, go. Komm, 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 komm. Okay, der wäre sehr gut. So, was sagst du? Bruder, ich sage, äh, zwei und vier. Okay. Was sagst du? Ich sage die Nummer drei und die Nummer eins. Eins und drei, okay. So, Halbzeit. Was hast du? Äh, Bewertung? Ja. Sie macht sich. Ich habe 86. Okay. Chemie habe ich 80. Ich habe 89. Oh, dann hast du... Ich bin gut hier am Start. Ich habe jetzt gelernt. Jetzt weiß ich, wie das geht. Halbzeit liegst du vorne. So, jetzt komme ich zurück. Sehr, sehr wichtig bei mir. Sehr, sehr wichtig. Komm, Junge. Die ersten Elf sind fertig, gell? Ja, genau. Okay, okay. Jetzt weiter. So, drei, zwei, eins, go. Komm, gib mir eine Ikone endlich. Bitte, ja. Es sieht doch gut aus. Bruder, ich sage, eins und drei. Oh, eins und drei. Ja, was sagst du? Okay. Dann nehme ich den hier. Dann sage ich die Nummer drei und die Nummer zwei. Drei und zwei, okay. Dann nehme ich den hier. Ich nehme den hier. Der wird sicherlich... Ja, das machen wir ja später alles. Du bist dran. Okay, super. Drei, zwei, eins, go. Komm, 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 komm. Gib mal jetzt... Oh, ein krasser. Oh. Bruder, ich habe einen Totti. Aber der links... Der links hat auch einen Totti. Aber, naja, der ist nicht so wichtig. Bruder, ich sage drei und vier. Drei und die vier, okay. Was sagst du? Die brauche ich eh nicht. Ich sage die Nummer zwei und die Nummer drei. Zwei und drei, okay. Totti habe ich genommen. Gut, vier Rating. So, ich habe hier den Kollegen und... Also das Problem ist bei mir, der eine würde gut Chemie bringen, aber der andere hat einen Totti wert. Aber würde... Komm, Bruder, komm, komm, wir haben noch viel vor, komm. So, ich nehme den. Okay. Ah, das machen wir später. Ich vergesse das mal. Ja, alles später. Drei, zwei, eins, go. Komm. Komm, gib mal was Gutes. Na, der wäre nicht... So, ich sage die Nummer zwei und die Nummer drei. Zwei und drei, okay. Ich sage zwei und vier. Zwei und vier, okay. Ich glaube, ich sage mal zwei und vier. Kommt mir so vor. Ja, okay, nehmen wir. Okay. Und machen wir weiter. Drei, zwei, eins, go. Komm, 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 bitte. Ah, bei mir kommt gerade nichts Gutes. Bei mir gar nichts. Ich sage die Nummer eins und die Nummer drei. Jawohl, bei zwei war Messi. Ach, du Scheiße, Alter. Oder ich sage drei und vier. Drei und die vier, sagst du? Ja. Okay. Ich bin bereit. Und machen wir direkt weiter. Drei, zwei, eins, go. Komm, 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 komm. Oh, wow, 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 wow. So, ich sage die zwei und die vier diesmal. Zwei und vier. Ich sage eins und zwei. Eins und zwei, okay. Zwei und vier, dann, ja, nehmen wir den. Und wir machen direkt hier weiter. Drei, zwei, eins, go. Komm, 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 komm. Oh, einen guten habe ich hier. Ich auch. Ich sage die zwei und die drei. Und habe dich erwischt, oder? Oh, zwei war Van Dijk wieder. Boah, ich habe dich erwischt. Van Dijk triffst immer. Was sagst du? Okay, ich sage zwei und vier. Meine Lieblingszahl. Boah, nehmen wir es weg. Jawohl. Nehmen wir es weg. Dann nehmen wir hier den für den Rating vielleicht noch. Und machen wir direkt weiter. Drei, zwei, eins, go. Komm, komm, gib mal endlich jetzt. Oh, eine Icon habe ich hier. Ich auch. Eine Icon habe ich und ich sage die zwei und die vier. Jawohl, bei mir war es auf eins. Und ich sage vier und fünf. Jawohl, bei mir war es auf der zwei. Oh mein Gott. Das ist sehr wichtig. Shit, ey. Das war nicht die beste Icon, aber... Der Icon hilft immer für Chemie. Das stimmt. So, machen wir hier auch direkt weiter. Drei, zwei, eins, go. Komm, komm. Noch ein Icon. Oh, ich habe keine Icon. Schau, bei mir ist Müll. Ich sage zwei und drei. Zwei und drei sagst du? Oh, Kante, 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 Kante. Was sagst du? Ich sage vier und die fünf. Vier und fünf. Dann nehme ich mir einfach vier Rating. Die Stimme ist tief gegangen, deswegen war der, glaube ich, nicht so gut. Ja, Bruder, bei mir war alles schlecht. So, dann nehme ich mal hier den Kollegen. Ich bin bereit. Und machen wir direkt weiter. Drei, zwei, eins, go. Komm jetzt. Ach. Einen habe ich hier. Bruder, ich sage... Schlechtes. Drei und vier. Und du hast mich erwischt auf der drei. Jawohl. Ja, die Alba. Jawohl. Die fünf war nicht so gut. Und ich sage die zwei und die eins. Jawohl, ich wollte fünf. So, letzten drei. Jetzt wird hier ein bisschen kritisch bei mir. Und wir nehmen den hier. So, die letzten drei. Drei, zwei, eins, go. Komm, 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 komm. Oh, einen krassen habe ich. Okay. Einen krassen habe ich hier. Bruder, den werde ich treffen. Weißt du? Ich sage eins und fünf. Nein, nein. Habe ich getroffen. Missy. Jawohl, ich habe gesagt. Nein. Bruder, ich habe gesagt, ich werde ihn treffen. Wir sind ready. Ich bin jetzt gespannt, Leute. Jetzt wird es kritisch. Ümit, bist du ready? Ah ja, Bruder. So, sag mir jetzt deine Bewertung. Lass erst Chemie. Erst Chemie. Ja. Ich habe hundert. Oh, shit. Bruder, ich habe auch hundert. Oh, das wird jetzt hart. Oh mein Gott, Rating wird entscheiden. Das wird jetzt entscheiden hier. Bruder, sag erste Zahl von Rating. Acht? Ich habe auch acht. Sag jetzt die zweite Zahl. Neun. Nein, ich habe acht. Jawohl, jawohl, jawohl. Mit einem Punkt gewonnen. Scheiße, ich habe die 88er und die... Ja, die 89. Oh mein Gott. Bruder, mich hat Totti Alexander Ahrnod 95 gerettet. Ich habe jedoch alles versucht bei der Bewertung, aber ich habe es leider nicht mehr geschafft. Ich habe viele umgestellt auch noch. Aber leider haben wir das nicht. Ja, was bei mir gut war, ich hatte Messi 94 und Alexander Ahrnod 95 und 90 Figo. Also ich habe Mbappé 90, Van Dijk 91 und Eiken hat die 90er von Overmas. Aber ansonsten ist das Team halt nicht ganz normal. Noch 90er-Testing. Ja. 100 Mäuernacht. Leider ist es für mich gelungen, Digga. Ach du Scheiße, du bist wirklich der E-Sportler hier in diesem Bereich. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Bruder, ich mache das seit vier Jahren. Seit vier Jahren und ich habe das jetzt zum zweiten Mal gemacht. Zum zweiten Mal und wir haben ihn knapp geschlagen. Ja, knapp haben wir ihn geschlagen. Also diese Runde war es unglaublich. Ja, diese Runde war wirklich richtig krass, auf jeden Fall. Falls ihr natürlich mehr von solchen Videos sehen wollt, hier auf meinem Kanal und auch bei Ümit, lasst einen Daumen hoch da, abonniert hier meinen Kanal kostenlos. Checkt das Video bei Ümit auf dem Kanal auf jeden Fall ab, Instagram und Co. Alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dann würde ich mal sagen, Leute, macht's gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dann und ciao.